Hallihallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play... VarioBlast! Wir sind in der dritten Runde und auch in der dritten Welt. Die ersten zwei, die haben hier sowas von erfolgreich weggefetzt, dass es nur so scheppert. Und in der dritten Welt lauerneuer gefahren. Bombguiding Blocks could have behind in the next fight. Ja. Also richtungsweisende Blöcke können uns helfen oder auch schaden. Das sind diese Pfeildinger hier. Das heißt, wenn wir Bomben kicken, laufen die Bomben genau in die Richtung, die die Pfeile hier anzeigen. Ganz schön praktisch. Aber nicht immer. Manchmal bahnen sich die Bomben ihr Weg durch das ganze Level und landen wieder direkt hinter uns und sprengen uns weg. Ja, 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 Leute. Alles schon gesehen. Kann ich euch die dollsten Geschichten erzählen. Aber insgesamt eine relativ humane Welt. Das wird noch schwerer im Verlauf der nächsten Parts. Das kann ich euch schon mal versprechen. So, oh, Sonic! Der Superbombenbooster. Oh Gott. Oh, ich glaube... Ja, höh, da war er ein bisschen zu langsam. Schade, Bomberman. Du darfst dein Taschentuch rausholen. Zweite Runde. Ach, diese Musik. So herrlich. Oh, oh, kein Totenkopf. Nein, nein, lass mal gut sein. Oh, das war knapp. Uah! So. Moment. Ach, klar. Jetzt haben wir uns beide wegge... Oh, wir sind beide blöd. Ich weiß. Ein Unentschieden. Sowas passiert mir, aber nicht noch einmal. Ich muss hier tanzen. Ich muss hier mitgrooven. Okay, dokey. So. Alle Goodies, die es gibt. Schön. Oh, oh, oh. Ich dachte eben, das hätte erst mich erwischt. Nein, es war Bomberschwachkopf. Goodie. Ab in die zweite Runde. Gegen zwei Bomber-Deppen. Hier kenne ich keine Gnade. Die haue ich beide weg. So. Das Wichtigste ist immer erst möglichst viele Goodies einzusammeln, bevor wir uns um die Bomber-Mans kümmern. Denn irgendwann sind die Goodies alle weg und... Das ist nicht so toll. So. Oh Mann, meine Bomber hatte leider noch nicht genug Sprengkraft, sonst hätte ich ihn jetzt erwischt. Oh Mann, hallo. Lasst mich doch mal wieder Bomben zünden. Dankeschön. Ich hasse euch. So. Das wird bestraft. Genau. Oh nein. Oh nein. Oh, das war knapp. Mach nicht so, als wär's der Intelligent-Bomber-Man. Das zündet bei mir nicht. Bei mir zünden nur... Haha, meine Bomben. Und das war sie. Die Superfalle, die ich ihm gestellt hab. Hehe. Sehr schön. Tada. Tada. Erster Versuch geht an mich. An mich. Okay. Hey, wo kommt ihr denn beide her? Macht mal keinen Stress hier. Oh nein. Das war schlecht von mir. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, ja, schau. Riege ich mich auf. Kriege ich wieder Puls. 200 Puls, mindestens. Oh, alles meint. Hey, brauchst gar nicht hier anzutanzen. Schön wegbleiben hier. Oho, der eine hat sich schon mal selber in die Falle manövriert. Oh, ja, Vorsicht. So, im Moment bin ich nicht in der Lage. So, jetzt wieder. Oh, nein, was mache ich? Oh, ja. Mein Gott, mein armes Herz. So, ich will mal ein paar Steine hier weg sprengen. Sicher. Ist sicher. Das ist mir zu gefährlich sonst. Okay. Ich glaube, na, ach, da war noch ein Stein im Weg. So, jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Und ja. Erfolgreich. Ho, 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 tschuk, tschuk. Yes. Wir kommen zum... Nicht zum Boss. Ich dachte schon, nein. So weit sind wir der noch gar nicht. Erstmal... Drei blöde Bombe. So, einer hat sich schon selber eine Falle gebaut. Danke sehr. So, da waren es nur noch zwei. Zwei Idioten. Okay. Und die haben sich beide selbst. Ins Land der Träume befördert. Da freue ich mich doch. Mhm. Da freue ich mich wirklich. Ich bin nicht schadenfroh. Nein. Man freut sich nicht, wenn andere Leute... sterben. Aber in Videospielen darf man das. Die freuen sich ja auch, wenn ich draufgehe. Garantiert. Oh, oh, oh Gott. Kettenreaktion. Ganz gefährlich in diesem Spiel. So. Mensch. Im Moment leckt das Spiel ganz tierisch. Ja. Das kann der Gameboy nicht verarbeiten. So viel Bewegung in einem einzigen Bildschirm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. Der ist auch weg. So. Eins gegen eins. Ich muss schlauer sein als der Computer. Schlauer. Und ich bin nicht schlauer. Ich bin blöd. Warum gehe ich da aus der sicheren Position weg? Ich bin so doof. Oh man. Aus meinen Augen. Oh man. Immer diese blöden Totenköpfe. So Goodies, Goodies, Goodies Hey Verdünisiere dich, wenn ich bitten darf So Oh mein Gott Oh, einer ist weg Direkt neben mir explodiert Schön Oh Ey, die sind unfair Die haben auch wieder mal ein Glück Das kann ja wohl nicht sein Ich bin blöd Ich bin so tierisch Stämlich Wir dürfen noch einmal Ich bin ja schon froh, dass es hier in Level 3 weitergeht Und nicht nochmal in der ganzen Welt von vorne Das fände ich sehr unfair Oh Mensch, die sammeln meine Goodies ein Verflucht Das wird ganz schwer Oh, ich hasse euch Bomberschwachmaten Oh Mann, kann ich mal wieder? Danke Ich habe überhaupt keinen Boost Hey, wie soll ich denn die Die haben alle Goodies eingesammelt Okay, da sind ein paar Booster Sehr schön Oh Ich hasse euch Ich hasse euch So, danke sehr Oh, jetzt haben wir uns gegenseitig Oh Mann Treffen sich zwei Dumme, ja Oh, ah Das war knapp Oh, Vorsicht Okay Einer tot Ey, meine Piss dich Ihr wollt einfach nicht, hä? Oh Mann Jetzt blinke ich schon wieder So, Goodies gibt es jetzt keine mehr Schade Ich gegen zwei So, und der eine ist schon mal weg Das war sehr gut Doch, da kommen noch ein paar Boni zum Vorschein Okay Computer Du willst also Krieg Konste haben So Und ich habe den Krieg gewonnen Nächste Runde Oh, Vorsicht Oh, Vorsicht So, einer ist schon mal Hinüber Oh, oh, oh Scheiße Entschuldigung für die etwas vulgäre Wortwahl Es überkam mich Sorry Ich war wirklich guter Dinge eben Ey Haut bloß ab Ah, Vorsicht Aufpassen Alles klar Einer ist weg Nein Nein Scheiße Wie blöd Muss man eigentlich sein Da rege ich mich auf Da kriege ich Da schwillt mir der Kamm Oh Okay Die tut mir nichts zum Glück Aber die verbrennt den Bonus Toll Hauptsache der Totenkopf Ist da Toll Hat doch so gut angefangen Was ist los Ich wollte eigentlich Pro Part Eine Welt schaffen Aber Wenn ich weiter so rumtrödle Wird das nichts So Einer ist weg Zwei sind weg Gut So Und den einen Der ist auch weg Sehr gut Das war mustergültig Hehe Jetzt hätte ich mich fast In meinem Kopfhörerkabel Verheddert Keine Schwächen zeigen Herr Daddel Bitte nicht Hey Hau ab Einer ist tot Okay Okay Oh Jetzt wird es Sehr gefährlich Hier Oh man Okay Noch einer weg Hey Leute Ich habe jetzt alle Chancen Gegen den All Vor allem habe ich Die besseren Bomben Der hat kaum Sprengkraft Und Das war's Gute Nacht Bombi Hihi Schön Schön Wir kommen zum Endboss Gucken Mit wem wir es Jetzt zu tun haben Oh Mit dem Bärchen So Bonus einsammeln Wichtig Nicht Bonus Ähm Nicht Den Endboss Berühren Bonus Einsammeln Okay Auf ein neues Ja Ihr seht schon Der ist jetzt wesentlich schneller Und fliegt auch gerne mal quer durch die Gegend Einmal Ah Ah Du willst nicht Du hast zu wollen Ah Der ist auch nur verwundbar Wenn er gerade anhält Wie mir scheint Okay Das sieht gut aus Geschafft Ne doch noch nicht Hey Der verträgt wohl ein bisschen mehr als seine Vorgänge Okay Jetzt aber Ja Aber es ist geschafft Yes Und er ist kaputt Und seine Ballons auch Das T Eine neue Fähigkeit The Trouncer Ach Meine Lieblingsfunktion Jetzt können wir Bomberman gegen die Wand schubsen Und ihn kurz besinnungslos machen Und ihn dann ganz gemütlich eine Falle bauen Aus vielen vielen Bomben Hier steht aber auch Must be used with dash in Also das funktioniert nur wenn wir schnell laufen Aber ist ja klar Da freue ich mich auf diese Funktion Und die sehen wir dann im nächsten Also im vierten Part von Let's play Vario Blast Bis dann sage ich Tschüssi Tschüssi